Der Beschluss des Runden Tisches, dass wir einen Wahlkampf machen wollten, ohne westlichen Einfluss, also ohne, dass die Vertreter der Westparteien sich in den Wahlkampf einmischen. Der ist zwar gefasst worden mehrheitlich, aber der wurde von keiner Partei, die die Möglichkeit hatte, westliche Redner einzuladen, eingehalten. Und das führte dann letztlich dazu, also zusammen mit den Versprechungen, dass es bald blühende Landschaften gibt und zusammen mit den massiven Ängsten in der Bevölkerung, die auch geschürt wurden durch die dramatischen Nachrichten. Die DDR ist zahlungsunfähig und die Wirtschaft ist völlig bankrott. Die Infrastruktur ist völlig marode, die Umweltsituation ist eine einzige Katastrophe. Das waren ja alles richtige Meldungen, aber sie versetzten auch die Bevölkerung so in Angst, dass alle gesagt haben, so schnell wie möglich brauchen wir die Einheit und wir müssen die Partei wählen, bei der das Kapital liegt. Und das hat dann letztlich auch zu dem Wahlergebnis geführt, das auch ein Einzeichen war dafür, dass man uns, den Dissidenten, weder die politische Kompetenz noch gar die Wirtschaftskompetenz zugetraut hat. Mich hat das nicht groß verwundert. Zwar war das Wahlergebnis 2,9 Prozent doch ein extrem geringes. Ein paar mehr Prozentpunkte hätten wir uns schon gewünscht, aber andererseits würde ich nie sagen, diese Wahl war unsere Niederlage, sondern für mich waren diese ersten freien Wahlen ein voller Erfolg. Denn das war das größte Ziel, das wir uns gestellt haben, worauf wir hingearbeitet haben. Und für mich war das trotz allem ein Erfolgstag.